Ja, und dann melden wir uns aus dem Dresdner Tierheim diesmal mit einer wirklichen Happy-End-Geschichte. Vielleicht könnt ihr euch noch an den Bobby erinnern. Bobby, unser Julien-Notfällchen, kleiner alter Pudelmischling. Völlig verwahrlost wurde er hier im Dresdner Tierheim abgegeben, musste geschoren werden. Da mussten Zähne gezogen werden. Er ist schon alt und wir haben gedacht, finden wir niemals jemanden. Das ist die Sabine. Und Sabine, ihr habt euch ineinander verliebt. Erzähl mal, warum dieser kleine alte Hund? So ein kleiner alter Hund braucht auch noch eine Chance. Und dann hat das Herz besprochen und da habe ich mir gesagt, den nehme ich auf. Dem gebe ich noch eine Chance, in den letzten Jahren, dass er noch mal ein schönes Zuhause hat. Und ihr merkt ja, Bobby will jetzt hier gar nicht mehr lange quatschen im Tierheim. Der will jetzt nach Hause und deshalb, ich wünsche euch eine ganz tolle, natürlich noch ganz lange gemeinsame Zeit. Tschüss Bobby! Danke!